Willkommen bei der Breyes Vivo 45 LS Tutorial Serie. In diesem Video werden wir die Anschlussmöglichkeiten und Funktionen auf der Rückseite des Vivo 45 LS erläutern. In der Mitte der Rückseite des Vivo 45 LS befinden sich drei Anschlüsse. Der obere ist der elektrische Anschluss für die Stromversorgung des beheizbaren Schlauchsystems. Der mittlere Anschluss ist für den Pilot Line Adapter, wenn ein Einschlauchsystem mit aktivem Ausatemventil an das Vivo 45 LS angeschlossen ist. Die untere Verbindung ist der Anschluss für die Niederdrucksauerstoffeinspeisung für bis zu 30 Liter Sauerstoff pro Minute. An der Unterseite der Rückseite des Vivo 45 LS befinden sich fünf farbcodierte Steckbuchsen als diverse Schnittstellen. Von links nach rechts. Die gelbe Verbindung dient zum Anschluss des Massimo Mainstream Entidal CO2 Monitoring Zubehörs. Die gleiche Buchse wird auch für die Verbindung des Vivo 45 LS mit einem Sentec oder Radiometer Transcutan CO2 Messgerät verwendet. Durch diese Verbindung können alle Daten in Bezug auf das Entidale CO2 oder das Transcutane CO2 vom Vivo 45 LS erfasst und im Speicher des Beatmungsgeräts zur Analyse und Berichterstellung gespeichert werden. Achten Sie darauf, den Führungsstecker richtig auszurichten. Jede Buchse kann nur den korrekten Stecker in der richtigen Ausrichtung aufnehmen. Versuchen Sie nicht, einen der Stecker mit Gewalt in die Buchsen zu stecken. Um die Verbindung zu lösen, ziehen Sie einfach an der äußeren Ummantelung des Steckers, um ihn aus der Buchse zu entriegeln. Er sollte sich leicht zurückziehen lassen. Ziehen Sie den Stecker nicht mit Gewalt ab. Die Verbindung mit der blauen Schnittstelle dient zum Anschließen des Massimo SPO2 Überwachungszubehörs. Dieses kann dann mit Massimo Fingersonden und Sensoren verwendet werden. Die Verbindung der schwarzen Schnittstelle dient zum Anschluss des Zubehörs für Fernstart und Stopp sowie die Stummschaltung der Therapie. Die rote Buchse ist für den Anschluss für das Schwesternruf oder Fernalarmsystem vorgesehen. Das Vivo 45 LS unterstützt alle vier Arten von Verbindungen für das Schwesternruf-Alarmsystem. Zum Beispiel Schließer, Öffner, Schließer mit Widerstand und Öffner mit Widerstand. Über die USB-Verbindung können die Speicherdaten vom Beatmungsgerät direkt auf einen PC heruntergeladen werden. Dieser Anschluss wird auch bei der Wartung oder bei Firmware-Updates des Vivo 45 LS verwendet. Die graue Schnittstelle ist für die Verbindung mit dem Vivo 45 LS Netzteil oder der externen Akku-Verbindung vorgesehen. Damit ist dieses Video über die Anschlussmöglichkeiten und Funktionen der Rückseite des Breyes Vivo 45 LS abgeschlossen. Für weitere Anleitungen zum Vivo 45 LS besuchen Sie bitte die Education by Breyes Website. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.